Ja, warte, warte, ich muss mir das mal ganz genau angucken. Ja, da sind zwei Autos im Wasser, das sieht ganz schön... Passen selber auf, nicht, dass sie reinfallen. Ups. Schwimm, Ariel, schwimm. Ariel, hier, hier bin ich. Hallo. Na, ich will keinen Scheiß-Donut mit Drogen drin mehr. Nein, danke. Ich hab übrigens noch einen. Warum hab ich das Gefühl, dass der Wagen gleich als nächstes da unten landet? Haben wir jetzt gerade alle hier zum Einsatz gebracht, also dass alle hier Einsatz haben. Dafür haben wir gerade... Wow, erst mal THW-Groß-Einsatz wegen uns. Hast du sowas schon mal erlebt? Oh, jetzt kommt doch noch, nein, jetzt kommt doch noch die scheiße Auto. Der auch noch, hallo, Rekrut. Der muss tiefer, 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 tiefer. Wow. Ist da noch ein Sunny im Wasser? Ja, achso, der kommt gerade hoch. Hallo, Ariel. Oh, mein Auto. Mach bitte weg hier. Soll ich mal runtertauchen und anheben? Ja, lass mal THW-Hilfe geben, ja? Am besten mal der Threber auf die andere Seite. Verlegen wir mal her. Nein. Du stellst mir jetzt keine Scheiße-Strafzettel aus. Wir müssen das regeln. Wir müssen gar nichts regeln. Ich guck jetzt dem THW-Heli zu. Ähm, der Herr, wie? Das haben wir auch noch nicht. Das ist sicher. Ja, das war also grandios. Ja, wirklich, da kann man ruhig mal klatschen. Das war ganz großer Tennis. Äh, ganz große Leistung. Ja, das, äh... Laula, wähle ich mal mit. Mein Helikopter. Sorry. Das war ich. 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 Das tut mir leid. Das war es. Das war es. Das war's. Bis zum nächsten Mal.